Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault. Und ja, diesmal bin ich auf dem Paladin, denn auf dem Main habe ich jetzt nichts großartiges im Vault. Da war ich eher am Collecten, aber mit dem Paladin habe ich ein bisschen RBG gespielt. Und ja, mal gucken, ob da ein bisschen was rauskommt für mein PvP-Gear. Ja, ein paar Teile hat er jetzt schon an, viel tatsächlich noch nicht. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, ob da was Sinniges dabei ist. Jetzt schauen wir einmal. So eine Waffe wäre ganz nice oder ein T-Teil wäre sogar noch besser, tatsächlich. Jetzt gucken wir mal, wir haben hier Hände dabei. Die könnte ich auf jeden Fall brauchen. Dann haben wir einen Ring und dann haben wir einen Trinket. Also, na gut, das Trinket könnte man machen. Aber ich glaube, das Sinnigste sind sogar die Hände. Da könnte ich dann nämlich mit dem Katalysator was umwandeln. Ich glaube, wir nehmen die Hände. Das ist, denke ich, mal das Beste, was wir machen können. Und ja, dann muss ich mal gucken. Ich müsste noch mal einen weiteren Charge mit dem Katalysator die Woche haben. Jetzt schauen wir mal, wir haben schon drei Teile und dann müsste ich eigentlich ein viertes rauskriegen. Ich habe ein paar Punkte auch gespart gehabt. Dementsprechend, ja, kann ich mir, denke ich mal, jetzt auch eine Waffe kaufen. Ich wusste jetzt nicht genau, okay, was kriege ich raus. Kriege ich eine Waffe raus oder einen Tierteil? Deswegen habe ich ein bisschen gespart. Und ich sehe gerade, ich bin an Ehre overcapped. Da sollten wir auch schleunig gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen Ehre ausgeben, um dementsprechend das ein oder andere Item noch zu kaufen. So, jetzt tun wir aber erstmal die Hände noch umwandeln. Dann haben wir nämlich zumindest schon mal einen Vierer-Set-Bonus. Was, denke ich mal, nicht so verkehrt ist. Oh shit, ich bin hier im War-Mode. Oh boy, das war eine schlechte Idee. Wenn wir babbeln schnell, hier sind extrem viele Leute. Dann wandeln wir das um und dann werden wir eh sterben. Holy shit. So viel dazu. Es sind doch ein paar mehr Hortler als Allis. Aber ich bin lebend aus der Nummer rausgekommen. Gut, wunderbar. So viel dazu. Vierer-Set-Bonus ist am Start. Sogar vor Main den Vierer-Set-Bonus, ich sage es euch. Aber da kann ich heute auch nochmal einen Teil umwandeln. Also da müsste ich mit dem auch den Vierer-Set-Bonus kriegen. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.